Und was ist, wenn die aus der Luft angreifen? Was macht man da? Es gibt ja Luftsicherung. Das heißt? Das heißt, wir haben eine Luftüberwachung, die feststellt, wenn es einen Anflug auf ein Kernkraftwerk gibt. Also wir fürchten nicht, dass es einem Terroranschlag wirklich gelingt, diese Anlage so zu schädigen, dass die Umwelt zu schaden kommt. Ja, dies ist die Stahlbetonwand, die das Reaktorgebäude schützt. Da kommt nichts durch. Stimmt das? Um es herauszufinden, treffen wir uns mit Greenpeace. Heinz Miethal ist Kernphysiker und mittlerweile Experte auf dem Gebiet Terrorgefahr und Atomkraftwerke. Er will, dass wir uns auf der Elbe Krümmel nähern. So erkenne man besonders gut, dass das Kraftwerk förmlich auf dem Präsentierteller liege. Seit den Anschlägen in New York sind die Umweltschützer hoch alarmiert. Greenpeace versucht jetzt, auf dem Klageweg die Regierung zum Abschalten der Reaktoren zu zwingen. Wie das Kraftwerk gebaut worden ist, hatte man an diese Gefahr noch gar nicht gedacht. Da hielte man auch Kernschmelzen noch für unwahrscheinlich. Mittlerweile sind ja schon mehrere passiert. Ein großes Flugzeug hat eine solche Wucht, dass es dieses Reaktorgebäude zerstören würde und es besteht die Gefahr, dass dann die Radioaktivität, die in diesem Reaktor ist, in kurzer Zeit freigesetzt wird. Und das hat so gewaltige Ausmaße, dass man Hamburg innerhalb weniger Stunden evakuieren müsste. Es müsste nach drei Stunden evakuiert sein. Für ganz Deutschland wäre es eine nationale Katastrophe. Es hat übrigens ziemlich lange gedauert, bis die Polizei kommt und fragt, was wir hier direkt vorm AKW eigentlich machen. Was sind Ihre Befürchtungen? Keine Befürchtungen. Warum müssen wir fragen, was hier ist? Wir müssen ja wissen. Okay. Alles klar. Okay. Unten zeigt uns Heinz Miethal Geheimpapiere. Die Politik war alarmiert nach dem New Yorker Terrorakt. Würden deutsche Meiler einem Anschlag standhalten? Eine Kommission atomfreundlicher Länder wie Hessen und Bayern hat dies prüfen lassen. Das erschreckende Ergebnis von 2002 halten sie bis heute unter Verschluss. Von den 19, heute sind es Nummer 17, in uns betriebenen Kernkraftwerke, haben nur drei eine bauliche Auslegung, die einen Absturz, wenn bestimmte Teile nicht getroffen werden, aushalten könnten. Bei allen anderen Kernkraftwerken ist bei einem Aufprall auf das Reaktorgebäude mit schweren bis katastrophalen Freisetzungen radiotiver Stoffe zu rechnen. Die Reaktorwand würde auch hier nicht standhalten. Das beweist das geheime Dossier. Sogar das Bundeskriminalamt spricht in internen Papieren davon, dass ein terroristischer Anschlag auf derartige Anlagen in Betracht gezogen werden muss. Und einen Schutz scheint es nicht zu geben. Also die hauptsächliche Sicherheitsvorkehrung, auf die sich bei den Atomreaktoren eine Verteidigung stützt, ist eine Art Vernebelung. Das kommt im Prinzip aus der Marine, wo sich Kriegsschiffe vernebeln und dann die Position ändern. Die Kraftwerke können die Position nicht ändern. Deswegen ist diese Methodik an sich schon sehr problematisch. Das Kraftwerk Gronde, das war der Prototyp. Dort hat man einmal diese Vernebelungsanlage aufgebaut. Ich bin mit einem Flugzeug hingeflogen und habe mir das angeschaut. Also das hier sind im Prinzip diese Container, aus denen dann Nebel entsteht. Es ist ganz klar, die Vernebelung geht nur direkt um das Reaktorgebäude herum. Das heißt, der Schlot, der Kühlturm, die sind alle nicht vernebelt. Es ist absurd, es ist hilflos. Mit der Terrorgefahr beginnt auch für die Atomwirtschaft eine neue Zeitrechnung. Von kleinen Restrisiken kann nicht mehr die Rede sein. Die geheimen Dokumente des BKA sprechen ihre eigene Sprache. Die Gefahr eines verheerenden Anschlages ist gegeben. Nicht mehr symbolische Ziele, sondern größtmögliche Zerstörung hätten die Terroristen im Visier. Oda Becker lehrt an der Fachhochschule Hannover und ist Expertin für Ausbreitungsrechnungen. Sie hat die Gerichtsgutachten geschrieben, mit denen Greenpeace in den Prozess geht. Sie hat ausgerechnet, welche Auswirkungen Terroranschläge auf Atomkraftwerke haben könnten. Sie hat Windstärken und Wetterbedingungen variiert und die unterschiedlichen Szenarien ganz nüchtern durchkalkuliert. Kommt es zu einer Freisetzung in Krümmel, ist in Hamburg in etwa der Höhe der Reeperbaden eine Strahlendosis durch Inhalation, also durch das Einatmen der radioaktiven Stoffe von fast 2000 Millisiever zu erwarten. Was bedeutet das für die gesundheitlichen Folgen? Es gibt bereits Auswirkungen auf das Knochenmark, es kommt zu Erbrechen, Übelkleid. Das gesamte allgemeine Befinden wird schon schlechter und etwa 20 Prozent der Personen, für die ist es bereits eine tödliche Dosis. Und dann sind die Strahlendosen der radioaktiven Wolke so hoch, dass die nähere Bevölkerung selbst im Haus noch Strahlendosen erhält, die nur geringe Überlebensraten errechnen lassen. Die Belastung in Hamburg ist rein rechnerisch und das ist zu erwarten so hoch, dass Hamburg über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, wahrscheinlich sogar über Jahrhunderte nicht mehr bewohnbar ist. Da unten schlummern die alten Brennstäbe im Kühlwasser. Hochradioaktiv. Extrem gefährlich für Mensch und Umwelt. Wohin damit? Es gibt sichere Endlager. Das Problem ist technisch durchaus lösbar. Endlager für hochradioaktive Abfälle sind technisch kein Problem. Aber dass es kein Problem ist, kann man ja so eigentlich nicht sagen. Es ist eher ein politisches Problem, eine politische Frage, aber technisch lösbar. Endlager sind kein Problem? Nirgendwo sonst gibt es so viele alte Salzstöcke wie in Niedersachsen. Angeblich ideale Orte für die Atommülllagerung. Wie wenig sie dafür taugen, kann man hier am deutlichsten sehen. Mit Mitarbeitern des Bundesamtes für Strahlenschutz runter in die Asse auf 800 Meter Tiefe. In diesem Versuchsendlager bei Salzgitter verklappte man jahrelang schwach- und mittelradioaktiven Müll. Gutachter aber warnten, der Berg bewege sich, Wasser werde eindringen. Sie wurden als Schwarzmaler und Querulanten abgetan, fanden kein Gehör. Von 1968 bis 1978 wurden hier 126.000 Fässer radioaktiven Mülls abgekippt, nachlässig und fahrlässig. Nichtsdestotrotz hat man sich eben entschlossen, das hier in dieser geologischen Formation einzulagern. Was immerhin eine Verbesserung dem gegenüber darstellt, was man vorher für eine Praxis hatte, nämlich das Versenken im Meer. Ein entsetzliches Erbe. Wasser dringt in die Asse ein. Wo es genau herkommt, weiß man nicht. Es sind 10.000 bis 12.000 Liter pro Tag, die sich den Weg durch den Berg bahnen. Kommt es mit den radioaktiven Abfällen in Berührung, droht die Kontamination des Grundwassers. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die ganze Grube absäuft tatsächlich? Das Risiko lässt sich nicht mit Zahlen belegen. Es kann passieren, aber niemand weiß mit welcher Wahrscheinlichkeit wann oder ob. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Atommüll soll nun wieder rausgeholt werden. Eine nie dagewesene Herausforderung. Das Bundesamt für Strahlenschutz ist seit letztem Jahr für die Asse verantwortlich und versucht aufzuklären, so gut es geht. Auch über die Kosten. Rund 4 Milliarden Euro kostet die Bergung des Mülls. Das zahlt allein der Steuerzahler. Für mich ist wichtig, dass ich als Betreiber und Verantwortlicher für die atomare Sicherheit die Gelder bereitgestellt bekomme, um genau diese Aufgaben auch erledigen zu können. Aber als Bürger, als Steuerzahler finde ich das natürlich nicht erfreulich, zurückhaltend ausgedrückt, dass die Energieversorger, die Verursacher, keinen Beitrag jedenfalls unmittelbar leisten. Ich glaube, dass es zumindest eine moralische Verpflichtung gibt von den Energieversorgern, die ja letztendlich auch Geld damit verdient haben, dass der Strom in ihren Anlagen erzeugt worden ist, dass sie auch zur Sanierung mit herangezogen werden. Atomstrom ist billig. Das ist ein Märchen aus vergangenen Tagen. Die Kosten für den radioaktiven Müll sprengen das Erträgliche. Wir fahren ein in die nächste Milliardengrube, dem benachbarten Schacht Konrad. Das erste genehmigte Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Müll. Was für ein Aufwand. 40 Kilometer lange Tunnelsysteme, gebuddelt für eine Milliarde Euro. In diese Kammern soll der Assemüll eingelagert werden. Sie auszubauen, wird eine weitere Milliarde verschlingen. 30 Jahre lang wurde dieses Eisenerzbergwerk auf Tauglichkeit geprüft. Hier plätschern glücklicherweise keine Grundwasser, sondern eingelagerte Wasservorkommen, die diese trockene, staubige Grube befeuchten sollen. Das Asse-Problem wird man hier nicht haben, heißt es offiziell. Das ist ein zentraler Punkt bei der Genehmigung von Schacht Konrad, dass man da auch in dem Antrag nachgewiesen hat, dass es eben keinen Grundwasserkontakt geben kann der Abfälle oder erst zu einem Zeitpunkt, in dem sie nicht mehr aktiv sind. Das heißt, das ist wann dann? Das ist in mehreren hunderttausend Jahren. Und vorher würde der Berg sicher und trocken sein? Ja. Da gibt es auch keinen Dissens drüber? Nein. Doch, denn ein Geologe tausend Meter weiter oben sieht die Sache anders. Der unabhängige Gutachter Ralf Krupp traut dem Eisenerzgestein der Grube nicht. Es sei porös und wasserführend. Der Schacht tauge genauso wenig für die Ewigkeit wie die anderen Bergwerke, Gorleben, Morsleben oder die Asse. Es ist unbestritten auch unter allen Fachleuten, dass Schacht Konrad irgendwann absaufen wird in der näheren oder ferneren Zukunft. Und dass die dort eingelagerten Abfälle, sofern es zur Einlagerung kommen wird, irgendwann nass werden. Und insofern, man hat dort, oder man ist dabei, dort die gleichen Fehler zu wiederholen, die man auch in Morsleben und in der Asse begangen hat. Der Gestalt, dass man ein Bergwerk genommen hat, was schon vorgeschädigt ist oder was aufgrund der geologischen Verhältnisse eigentlich nicht geeignet ist und richtet dort ein Endlager ein. Die ungelöste Entsorgungsfrage ist sicherlich eines der großen, großen Probleme, die wir vor uns herschieben seit Generationen. Und dass diese nicht trivial ist, macht allein die Tatsache deutlich, dass kein Land in der Welt bislang die Entsorgung für hochradioaktive Abfälle gelöst hat. Also unabhängig davon, wie man zur Kernenergie steht, ob man nun Befürworter oder Gegner der Kernenergie ist, haben wir hier etwas uns aufgebürdet, wo wir nicht wissen bis heute, wie können wir auch wirklich sicherstellen, dass zukünftige Generationen sicher vor diesen sehr großen Gefahrenpotenzialen auch geschützt werden können. Große Fragen, die unbeantwortet bleiben. Das ist ein Terroranschlag, das wirklich gelingt, diese Anlage so zu schädigen, dass die Umwelt zu schaden kommt. Ja, dies ist die Stahlbetonwand, die das Reaktorgebäude schützt. Da kommt nichts durch. Da kommt nichts durch. Stimmt das? Um es herauszufinden, treffen wir uns mit Greenpeace. Heinz Smital ist Kernphysiker und mittlerweile Experte auf dem Gebiet Terrorgefahr und Atomkraftwerke. Er will, dass wir uns auf der Elbe Krümmel nähern. So erkenne man besonders gut, dass das Kraft... Und was ist, wenn die aus der Luft angreifen? Was macht man da? Es gibt ja Luftsicherung. Das heißt? Das heißt, wir haben eine Luftüberwachung, die feststellt, wenn es einen Anflug auf ein Kernkraftwerk gibt. Also wir fürchten nicht, dass... Hatte man an diese Gefahr noch gar nicht gedacht. Da hielt man auch Kernschmelzen noch für unwahrscheinlich. Mittlerweile sind ja schon mehrere passiert. Ein großes Flugzeug hat eine solche Wucht, dass es dieses Reaktorgebäude zerstören würde. Wie das Kraftwerk formlich auf dem Präsentierteller liege. Seit den Anschlägen in New York sind die Umweltschützer hoch alarmiert. Greenpeace versucht jetzt, auf dem Klageweg die Regierung zum Abschalten der Reaktoren zu zwingen. Wie das Kraftwerk gebaut worden ist...